Mein Traum war es schon immer, auf einem Schloss zu heiraten, aber es ist nicht so einfach alles zu realisieren, wie man sich das wünscht. Wir haben schon ganz zu Beginn unserer Beziehung an Schloss Bärlepsch einen Besuch abgestattet und somit ist das ziemlich schnell weit oben auf der Liste gewesen. Dann haben wir uns verschiedene Orte angeguckt und einfach gemerkt, dass wir uns hier besonders gut aufgehoben fühlen, weil hier diese herzliche Atmosphäre herrscht. Das erste Mal Bärlepsch zu sehen war für uns der Weihnachtsmarkt vor vielen Jahren und selbst da war schon ein sehr märchenhaftes Erlebnis, einfach das Schloss im Schnee zu sehen und da haben wir uns eigentlich schon in die ganze Location verliebt. Das war ein großer Denkanstoß, später hier zu heiraten. Einfach dieses komplette Feeling, hier zu sein und man fühlt sich wie in der Zeit versetzt. Das ist einfach ein sehr schönes Erlebnis. Also ich denke, dass die Hochzeit definitiv eine der schönsten Tage des Lebens ist und man merkt es ja alleine daran, man plant ja lange vorher, fast ein Jahr oder über ein Jahr lang und das macht man nicht einfach so, wenn es nicht tatsächlich für einen der schönsten Tage des Lebens sein soll. Am Anfang hat man das Grundgerüst und nach und nach feilen wir gemeinsam an diesem Grundgerüst und man kommt sich so ein bisschen vor wie ein Architekt, der dann eben die Hochzeit Stück für Stück für Stück baut, bis sie fertig ist und bis der große Tag kommen kann. Ja, natürlich koche ich sehr gerne für Hochzeiten, weil es mir riesige Freude bereitet zu sehen, wie die Gesellschaft und natürlich das Brautpaar gemeinsam den Tag strahlend hier verbringen können und deswegen mache ich das sehr gerne. Ja, die Größenordnung der Veranstaltung, die wir hier leisten können, können von ganz klein und fein bis ganz große Gesellschaften sein, weil wir qualitativ das natürlich gestemmt bekommen. Das bereitet uns keine Probleme und das kriegen wir sehr gut hin. Als Hochzeitsplanerin muss ich immer die komplette Location betrachten, um das Optimale für mein Brautpaar zu finden. Das heißt, vielfach geht es allein erstmal natürlich um die Optik und wenn man im Hintergrund schaut, die ist definitiv hier gegeben, dass jemand, der sich ein Schloss für die Hochzeitsfeier wünscht, ist hier natürlich schon mal rein optisch gut versorgt. Was mich sehr begeistert, ist das Team hier vor Ort, weil das Ineinandergreifen der einzelnen Gewerke, ob das die Küche, das Servicepersonal ist oder die Veranstaltungsmanagements drumherum. Man merkt, dass die Abläufe abgestimmt sind und das merkt auch das Brautpaar am Hochzeittag. Auf Bärleps zu heiraten, das war schon ein ganz besonderer Tag. Ich denke, ich war nervös, wie so ziemlich jede Braut an dem Tag. Die Nervosität wurde dann tatsächlich durch dieses Team ein bisschen runtergefahren, denn die wissen einfach, was sie tun. Da kann man sich einfach darauf verlassen, dass da alles stimmt und dass die einem zur Not auch komplett das Denken an so einem Tag abnehmen, was sehr sinnvoll ist. Eigentlich klappt dann alles, wenn alle Beteiligten die Ringe mitnehmen würden. Ein Brautpaar, das sich einen Ort wie Schloss Berlipsch aussucht, der über sechseinhalb Jahrhunderte Geschichte zurückblickt, sucht damit verschiedenste Dinge, die nur ein solches Monument bietet. Es ist natürlich Romantik dabei, aber es ist auch irgendwo Verwurzelung mit wunderbarer Natur, mit unserer Geschichte. Und ich denke, was auch dabei mitschwingt ist, einmal im Leben Prinzessin sein. Und Schloss Berlipsch ist, ich denke, ein Traum für Prinzessinnen. Und ich denke, was ich partnerships habe mit unseren Port.? trilziert jetzt nur mitması Wernreich Karl in Uhr прин cook und also mit ihnen hatte ihn nicht혀 wie öff сторон. Außerdem geht das, im Gelächter. So, möchte ich auch auf euch vorher Technologisch aus Egg heben. Ich denke, ich denke, lieberstellung, wie es auch mit unseren Papagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagaguagagagagagagagagagagagagagag